Bald ist es soweit, Puket wird wieder eröffnet. Es gab einige wichtige Updates zur Puket Sandbox. In diesem Video sage ich euch alles Wichtige dazu. Hallo miteinander, wie geht's euch? Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, ich bin der Georg Chai Thai und ihr seid auf mythai24. Hier bekommt ihr Einblicke in Thailand, wie ihr sie nirgendwo anders bekommt, weil ich fließend Thailändisch sprechen, lesen und schreiben kann, anders als die meisten anderen ausländischen YouTuber hier in Thailand. Jetzt sind es nur noch 6 Tage bis zur Wiedereröffnung von Puket und dem Start des Sandbox-Verfahrens, in welchem Rahmen vollständig Geimpfte ohne Quarantäne in Thailand einreisen dürfen. Ich habe bereits dazu, also zur Puket Sandbox ein ausführliches Video gemacht, in dem ich alle Details dazu erkläre. Ich tue einen Link dazu in die Beschreibung. Jetzt gab es einige wichtige Updates zur Puket Sandbox, also zum Puket Sandbox-Verfahren. Im Folgenden erkläre ich euch alles Wichtige dazu. Also, legen wir los! Wechseln von SH-Plus-Hotels ist limitiert. Wenn ihr mein voriges Video zur Puket Sandbox angeschaut habt, dann wisst ihr, dass ihr in den ersten 14 Tagen auf Puket in einem sogenannten SH-Plus-Verifizierten Hotel Unterkunft haben müsst bzw. verbringen müsst. Bisher hieß es, dass man innerhalb der ersten 14 Tage das SH-Plus-Hotel mehrere Male wechseln kann. Jetzt kam aber heraus, dass dies relativ limitiert ist und zwar in den ersten 7 Tagen darf man das Hotel gar nicht wechseln und in der zweiten Woche darf man es dann zweimal wechseln. Man darf nicht das Hotelzimmer mit Einheimischen teilen. Leider ist es jetzt doch nicht möglich, dass man innerhalb der ersten 14 Tage sein Hotelzimmer mit Einheimischen teilen kann. Dies bedeutet also, man kann nicht mit seiner thailändischen Freundin oder mit Freunden oder sonst irgendjemand Einheimischen das Hotelzimmer teilen innerhalb der ersten 14 Tage auf Puket. Aber man kann sie natürlich draußen irgendwo treffen. Covid-19-Tests innerhalb der ersten 14 Tage. Im Grunde gibt es hierzu keine wesentlichen Updates, aber weil es ein wichtiges Thema ist und viele interessiert und weil es vor allen Dingen auch viele Kosten damit involviert sind, tue ich es hier kurz nochmal für euch zusammenfassen. Also der erste Test ist vor dem Abflug noch, man muss innerhalb von 72 Stunden vor dem Abflug muss man einen PCR Covid-19 Test machen. Der zweite Test ist dann sofort nach der Einreise in Thailand, also auf Puket. Das Testergebnis von diesem Test gleich nach der Einreise muss man dann in seinem Hotel abwarten. Wenn der Test dann negativ ist, dann darf man rausgehen aus dem Hotel. Der dritte Test ist dann am sechsten Tag auf Puket und der vierte und letzte Test ist dann am zwölften Tag auf Puket. Also insgesamt vier Tests und die Kosten einiges sind Geld. Gemäß des Puket Touristenverbands sollen sieben Testzentren, Covid-19 Testzentren auf Puket aufgestellt werden und der Test kostet dort 2800 Baht. Dies sind ungefähr 74 Euro. Wenn man einen Test in einem Krankenhaus machen will auf Puket, dann muss man mit Kosten von bis zu 3500 Baht rechnen. Das sind umgerechnet 92 Euro. Also wenn man da zusammen mit seiner Familie kommt und man dann für mehrere Leute viermal die Tests bezahlen muss, dann kann da schon eine beträchtliche Summe zusammenkommen von vielen hundert Euro. Sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, dass wenn man positiv getestet wird, dass man dann die Quarantäne in einem Krankenhaus machen muss oder in einem speziell dafür präparierten Hotel. Das ist aber sicherlich nur für Leute, die geringe Symptome oder gar keine Symptome haben. Für die Kosten für diese Quarantäne muss man natürlich selber aufkommen. Man muss sich dessen auch im Klaren darüber sein, was das bedeutet, wenn man Covid-19 positiv ist und dann in Quarantäne geht. Normalerweise bedeutet es hier in Thailand, dass man von seiner Familie getrennt wird, auch von seinen Kindern. Also wenn man mit Kind kommt, mit niemand anderem dabei, dann kann dies schon irgendwo kritisch sein im Extremfall, weil selber muss man in Quarantäne, was passiert dann mit dem Kind? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe das jetzt bisher auch nicht herausfinden können, aber offiziell hier für Thailand oder Leute, die hier in Bangkok oder in Thailand leben, ist es ganz klar so, die Eltern gehen allein in Quarantäne und irgendjemand anderes Verwandtes oder jemand anders aus der Familie, der nicht positiv ist, Covid-19 positiv ist, muss dann auf das Kind aufpassen. Das Problem ist dann halt, wenn man keine Verwandten hat und auch keine Familie hat, die irgendwo 14 Tage lang auf das eigene Kind aufpassen kann, dann kommt man dann ganz schnell in ziemlich komplizierte Situationen. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch das Szenario, dass das Kind positiv ist, man selber ist nicht positiv. Da kann das manchmal auch in sehr schwierige Situationen dann enden, also zumindest für Leute, die hier normal in Thailand leben. Hier gibt es genügend Berichte auf den thailändischen Medien, dass Kinder alleine in Quarantäne gehen müssen und die Eltern nicht mit dürfen. Da werden dann die Kinder von Sanitätern in voller Montur, Covid-19-Schutzmontur, also astronautenmäßig angezogen, werden die da abgeholt und dann im Krankenwagen mit Blaulicht beziehungsweise Sirene dann ins Krankenhaus gebracht. Das ist natürlich der absolute Albtraum für alle Eltern und auch für die Kinder, vor allen Dingen, wenn die Kinder ganz jung sind. Ich kann mir irgendwie kaum und will es mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass das tatsächlich auch für Ausländer so dann wäre oder ist, ist noch ein ziemlich großes Fragezeichen, aber es ist wirklich sehr wichtig, dies auch zu beantworten. Ich werde alle Infos in nächster Zeit dazu einsammeln und nachfragen, ist mir jedenfalls auch persönlich wichtig und ich will auch, dass andere das dann wissen. Ich denke, das ist vielen Leuten wichtig. Und dann werde ich bald ein ganzes Video über die Quarantäne für Covid-19-positive Leute machen und da dann alle Details dazu darlegen. Falls ihr Fragen habt, bitte stellt sie mir in den Kommentaren. Wenn das Video für euch informativ war, bitte Daumen hoch klicken. Vielen Dank. Bald werde ich weitere informative und interessante Videos über Thailand auf meinem Kanal Mai Tai 24 haben, bitte abonniert meinen Kanal, um sicherzustellen, dass ihr diese nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.